Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und moin und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute den Film Alle, die du bist. Wir, das sind alle, die ich bin, Schlogger, und alle, die du ist, Herr Stu. Hallo Stu. Hallo zusammen, hallo Schlogger, hallo ich, hallo du, hallo ihr. Alle, die du bist. Okay, diesen Film habe ich leider überhaupt gar nicht gesehen, aber du hast ihn gesehen. Das heißt, hol uns doch mal mit an Bord, um was geht es denn in diesem Film überhaupt? Pass auf, ich erzähle, glaube ich, jetzt keine Inhaltsangabe, ich erzähle einfach mal mit einer der ersten Szenen nach, um zu vermitteln, um was es in diesem Film geht, um auch ein Verständnis zu evozuieren, was das Besondere an diesem Film ist. Und zwar, im Fokus steht Nadine und die wird angerufen, weil ihr Ehemann Paul bei einem Bewerbungsgespräch die Fassung verloren hat und sich in einen Raum eingeschlossen hat. Und sie fährt dorthin und geht in diesen Raum rein und dann steht aber da kein Mensch vor ihr, sondern ein Stier. Ja, ein Stier. Und sie kümmert sich um das Tier und das Tier wird ruhiger und plötzlich sitzt sie da nicht mit einem Stier, sondern mit einem kleinen Jungen und der weint. Sie weint mit ihm und tröstet ihn. Und dann überredet sie den Jungen halt, okay, pass auf, wir verlassen die Situation hier, aber du musst dich entschuldigen. Und dann wird aus diesem kleinen Jungen ein, ja ich würde sagen, junger Erwachsener oder älterer Teenager. Und dann wird die Situation auch aufgelöst und dann fahren sie nach Hause und dann geht es Nadine gerade schlecht und dann sitzt neben ihr aber nicht mehr der junge Teenager, sondern eine ältere Frau, die ihr großmütterlich zur Seite steht. Und so ist der Film halt aufgebaut. Paul ist psychisch labil, gerade eben bei Druck oder Stresssituationen, gerade bei Prüfungsdruck, wird er halt zu einem anderen Menschen und Nadine hat eben gelernt, damit umzugehen. Und so zeigt dir der Film, in welcher Phase Paul gerade ist. Und das Besondere ist, dass es aber kein Film über Paul ist, sondern wirklich über Nadine, die irgendwann erkennt, ich kann ihn nicht mehr lieben, weil ich sehe halt keinen Paul mehr. Ich sehe halt nur, ich sehe den kleinen Jungen, ich sehe den Stier, ich sehe die alte Frau, ich sehe den Teenager, aber ich sehe nicht mehr meinen Ehemann. Und das erzählt der Regisseur Michael Vetter-Natansky immer mal wieder so in Rückblenden, die immer wieder zurück in die Gegenwart springen. Und das ist im Grunde alle, die du bist. Gott, das klingt ja richtig traurig. Und jetzt ergibt der Titel natürlich auch total Sinn. Da die Frage, also das heißt, Paul wechselt die ganze Zeit in verschiedene Rollen rein oder sind das nur die vier Rollen oder willst du das nicht verraten? Es sind immer die gleichen Rollen und wir sehen auch ganz häufig, dass Paul auch Paul ist. Okay, also es ist nicht so, dass wir immer nur, wir sehen auch Paul als Zuschauer. Wir sind nicht so in ihrer Linse drin, dass wir ihn auch nicht mehr erkennen. Genau, also der Film ist schon sehr auf sie fokussiert und ich glaube auch, dass der Film manchmal auch versucht, eine subjektive Wahrnehmung einzunehmen, aber nicht ständig. Und es geht auch vor allem halt um ihren Kampf, weil sie, sie haben ein gemeinsames Kind und dazu bringt sie noch ein anderes Kind aus einer früheren Beziehung mit. Und er ist auch ein toller Vater, also was der Film halt zeigt. Aber sie kämpft halt oder struggelt auch mit sich selbst, weil sie halt irgendwann anerkennen muss, dass diese Gefühle für ihn nicht mehr da sind, weil sie eben so viel Stress hat. Nicht nur wegen seiner, ich nenne es mal Erkrankung, sondern weil beide halt eben auch berufliche Probleme haben. Also sie ist in so einer Art Gewerkschaft und die Jobs werden wohl gestrichen und das kostet ihr viel Kraft. Die Kindererziehung, das wirst du selbst wissen, ist jetzt auch nicht das Einfachste auf der Welt. Und sie, sie verzerrt sich so ein bisschen, würde ich sagen, und kann halt irgendwann nicht mehr. Und sie möchte, glaube ich, schon ihren Ehemann haben, ihren Paul, aber sie ist irgendwann nicht mehr bereit, diesen Paul in Anführungszeichen mit diesen anderen Personen, die in ihm drinstecken, zu teilen. Ich finde es gerade interessant, ob ich den Film besser gefunden hätte, wenn er diese Krankheit nicht hätte. Also was war die Krankheit, die er hat? Wie wird es benannt im Film? Das wird gar nicht erwähnt. Also es wird nie gesagt, übrigens, das ist Paul, er leidet unter Sohn oder so und so. Ich würde einfach sagen, ich als Laie, er ist halt einfach psychisch labil. Ach so, das hast du nur einfach angenommen. Okay. Das habe ich jetzt nur gesagt. Es gibt im Film keine Szene, wo irgendwie ein Psychologe sagt, so übrigens, das ist der Paul und der hat das und das. Gar nicht. Das ist ein sehr liebenswerter Mensch, aber du merkst auch irgendwie, irgendwas stimmt nicht immer. Ja, ja. Und es gibt immer so Momente, wo beide miteinander interagieren, die sind so schön und dann switcht das aber plötzlich und zwar von beiden Seiten. Mal ist es Paul, der plötzlich ganz seltsam reagiert und mal ist es halt eben auch Nadine, die ganz seltsam reagiert, wo man sich fragt, ist doch gerade so ein schöner Moment, warum machst du oder du das gerade kaputt? Oh, das klingt so nach so verletzten Seelen, da kriege ich ja schon direkt so eine Rührung. Das ist komplett, das ist der absolute verletzte Seelen-Megafilm. Okay, aber ich wollte eigentlich sagen, ob ich es besser fände, dass er eben nicht psychisch labil ist, sondern das, und das kann ich ja dann zurücknehmen, weil vielleicht ist es ja so, dass es in Anführungszeichen normale Menschen sind, die ja auch einfach klassisch mal was nicht aushalten und zum Stier werden oder zum kleinen Kind oder zum Teenie oder zur fürsorglichen alten Frau. Also das ist gar nicht irgendwie, was eine Labilität sein muss, sondern die Normalität in zwei Menschen oder in einem Menschenleben sozusagen. Klar, wenn man jetzt beim Bewerbungsgespräch zusammenbricht, das ist jetzt nicht unbedingt die normalste Reaktion, aber ich finde es, glaube ich, schöner, die Ansicht dann zu haben, dass wir, ich habe jetzt den Film nicht gesehen, wie gesagt, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie krass die dann sich verändern in diesen Rollen, wo du meinst, warum macht ihr das jetzt kaputt oder ob die zwei sich einfach schon so auseinandergelebt haben, dass sie eben ihre Triggerpunkte haben und das dann passiert oder ob es wirklich einen Grund hat oder ob es einfach nur zwei normale Menschen sind, denen das Leben dann sozusagen passiert ist. Weil ich das echt eine schöne, also ich kann es jetzt nicht einschätzen, ob es visuell und erzählerisch gut funktioniert, aber diese, dass dann eben verschiedene Rollen so visualisiert werden, finde ich erstmal total schön. Und dann natürlich dieses Dramatische zu erkennen, also es gibt sehr viel Schlimmeres, aber es ist etwas sehr Schlimmes zu erkennen, dass die Person, mit der du ein Leben teilst und aufgebaut hast und die du auch mal geliebt hast, zu erkennen zu müssen, da fehlt jetzt irgendwas, das finde ich hier eine ganz schreckliche Vorstellung. Ist der Film denn, macht der das denn nachvollziehbar, real oder ist es platt? Wie war das für dich? Der Film wurde gedreht in Nordrhein-Westfalen, gerade so im Bereich, würde ich sagen, Köln rum und auch Bochum so. Also bei dir um die Ecke. Also Working Class, würde ich mal sagen. Also der ganze Film hat diese Working Class Ausstrahlung, der wirkt sehr, also im guten Sinne sehr roh, sehr authentisch. Auch so ein bisschen schmuddelig, das ist halt wirklich ganz weit weg von Hollywood, um es mal ganz profan auszudrücken. Ich hatte wirklich nie das Gefühl, selbst wenn es halt, selbst wenn ich halt in irgendeinem Raum steht und ein Stier streichelt, dass das gerade irgendwas ist, was filmisch ist. Das wirkte wirklich sehr real alles. Und das war auch mit einer Grunde, warum ich da manchmal im Kino saß und wirklich dachte, ich wäre jetzt echt froh, wenn jetzt der Kinovorführer sagt, sorry, wir haben gerade einen Defekt, ihr müsst mal eben fünf Minuten Pause machen, weil der mir echt nahe gegangen ist, weil der so echt wirkte. Also so Momente, wenn sie, also wenn sie sich eine Auszeit gönnen und bei denen ist halt Auszeit gönnen, heißt jetzt nicht, komm, wir machen Urlaub in Thailand oder so. Das heißt bei denen, wir fahren mit so einem gemieteten Wohnwagen zu so einem komischen Spaßbad und übernachten da irgendwie und dann liegt sie da auf der Luftmatratze und sie kann das nicht anders und findet ihn halt auf der einen Seite total toll, aber sagt ihm auch so, ich weiß nicht warum, aber ich kann dich nicht mehr lieben. Gott. Und er versteht es auch nicht. Das ist großartig. Ich meine, das ist, das reißt einem das Herz. Ja. Aber auf so eine, auf so eine, auch auf so eine brutale Art, aber auch so eine ehrliche Art und dann noch mit dieser, ist ja keine Spielerei das mit den verschiedenen Figuren. Das macht ja auch alles Sinn und es wird auch jetzt nicht so übermäßig oft benutzt, aber ich weiß auch die ersten fünf Minuten, ich war so baff, wie gut das funktioniert hat, weil in fünf Minuten und du weißt alles, das ist großartig gemacht und wenn ich bedenke, dass das ein Film ist, der fürs ZDF produziert oder fürs ZDF Fernsehspiel und das heißt leider, dass den vermutlich sehr wenige Leute noch gucken werden, das ist eine Schande, weil der war, der war richtig groß, der war richtig, richtig groß. Ja, vor allem auch, wenn du sagst, was ich mir jetzt gar nicht so vorstellen kann, dass dieses Rollenwechseln, also das erste Stier und dann ein kleines Kind, dass es trotzdem so real und so nah wirkt. Das klingt wie, wie so ein bisschen was Besonderes, wie du es eben auch andeutest. Ja, also ich muss auch ehrlicherweise sagen, es gab ein paar Szenen, die fanden, also ich jetzt nicht, aber im Kino wurde dann auch mal gelacht. Ja, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber es gab zum Beispiel einen Moment, wo er halt mit den beiden Kindern, das sind zwar zwei Töchter, ich glaube die eine aus der ersten Beziehung ist, glaube ich, ja so zehn und die jüngere ist halt so vier, fünf würde ich schätzen. Ich bin aber da eigentlich richtig besonders gut. Die kommen mit dem Gut aus und irgendwann ist sie, also die Mutter, genervt und dann switcht er halt eben vom Vater in die Rolle des kleinen Jungen. Und das wirkt natürlich schon absurd, wenn dann der Junge dann irgendwie seinen Töchtern so Befehle, also Befehle gibt, sagt so jetzt geh mal hier Zähneputzen oder so. Ich kann verstehen, dass man das lustig findet, das ist auch glaube ich nicht schlimm, wenn man das lustig findet, aber ich fand das so, es hatte so was Wahrhaftiges irgendwie, weil du wusstest immer sofort, woran du bist. Und vor allem dadurch, dass es zumindest für mich ganz klar war, dass wir das alles aus ihrer Perspektive sehen, war auch klar, wie sie sich jetzt fühlen muss, weil sie jetzt wieder nicht ihren Ehemann da hat, sondern diesen kleinen Jungen. Und das höre ich so oft von besonders auch Frauen, die eben das Gefühl haben, sie haben eben noch ein Kind an ihrem Mann, den sie erziehen müssen, weil es eben, also es ist jetzt hier voll die Klischee-Kiste, weil es eben oft Männer sind, die nie gelernt haben, mit ihren Emotionen klarzukommen, weil sie eben klar auch gelernt haben, sie dürfen das nicht zeigen als Mann. Und dann überfordert sind damit, wenn sie eben besonders durch Kinder plötzlich mit starken Emotionen konfrontiert sind. Und das finde ich, ich meine, ich komme ja auch aus der Branche, also ich schreibe ja auch über Kommunikation mit Kindern und da ist ganz viel eben dieses innere Kind, man kennt es ja auch aus dem Bestseller, das innere Kind in dir will Frieden finden. Und dieses Bild, dass er dann ein Kind ist, das berührt mich auch total, weil es eben so oft passiert, dass du merkst, dass du gerade im Kontakt mit Kindern, es gibt sicher auch andere Situationen ohne Kinder, wo das passiert mit Kollegen oder auf der Arbeit. Immer wenn du so dein Ansehen verlierst oder deinen Status, dass du dann so an Grenzen von dir kommst und dann so ganz roh reagierst, wie du es eben als Kind auch gelernt hast. Du bist verletzt, du versuchst dich zu verteidigen, entweder du ziehst dich zurück oder du wirst eben wütend und dass du dich eben ganz kindisch verhältst. Und dass man da eben in der Kindererziehung dann oft lernt, das zu erkennen und da dann ein bisschen drüber zu stehen, dass du eben in solchen Momenten, in denen dein Kind dich da auch oft braucht, weil die Kinder dann eben kleine Stiere sind für sich dann, dass sie dann eben einen Erwachsenen brauchen, der sie hält und nicht eben noch ein Kind. Und das finde ich total schön, dass die Filmemacher sich dafür für so ein Bild benutzt haben, was dann offensichtlich jeder auch verstehen kann. Ist natürlich klar, wie du sagst, subjektiv aus ihrer Sicht, sie hält ihn dann für ein Kind, aber es scheint ja auch dann auch irgendwie so zu sein, dass er sich da wirklich auch kindisch verhält und das gefällt mir wirklich gut. Ich kann sie halt auch irgendwie verstehen, dass sie auch einfach keine Kraft mehr hat. Ich sagte ja schon, dass sie in so einer Art Arbeitskampf auch drin steckt. Und sie scheinen ja wenig Geld zu haben. Und da wird auch so ein bisschen thematisiert. Also wie gesagt, sie nageln nicht am Hungertuch, aber das ist schon ganz klar, dass sie halt wirklich jetzt nicht so viel Geld haben. Und die erleben auch ein Leben, das wirkt sehr trist. Also wir sind, dazu muss man halt sagen, wir sind in Filmen halt vor allem Beziehungen oder Leben gewohnt. Da sind immer, da spielt halt Geld oft keine Rolle und das ist hier ganz klar der Fall hier. Hier merkst du schon, dass der Dispo auch öfters mal ausgereizt wird. Ohne es jetzt aber auch zu so einer Art Sozialdrama zu machen. Das ist gar nicht das Thema des Films. Es geht wirklich um diese Beziehung. Und ich kann sie halt verstehen, weil sie auch so, von ihr wird halt immer so viel verlangt. Die ihre Arbeitskollegen wollen, dass der Arbeitskampf weitergeführt wird. Ihr Mann möchte was von ihr, ihre Kinder. Und ich konnte es irgendwann komplett nachverstehen, dass es sie so fertig macht. Zum einen, dass sie einfach keine Kraft mehr hat, um irgendjemanden wirklich zu lieben. Und zum anderen, dass sie auch keine Kraft mehr hat, irgendetwas zu tun. Weil immer wieder Leute was von ihr verlangen. Und das ist, war echt hart, das anzusehen. Weil, ich sagte ja schon, der Film geht auch immer wieder so in die Vergangenheit. Wir sehen auch zum Beispiel eine ganz kurze Passage im Film, wo sie halt alleine ist mit ihrer ersten Tochter. Wo sie die zweite Runde nicht auf der Welt hatte. Und in einem Hotel mit ihr einfach wohnt. Die Frau, Mitleid ist jetzt das falsche Wort. Aber ich konnte verstehen, warum sie so reagiert. Auf der anderen Seite konnte ich aber auch ihn jederzeit verstehen. Ja, das wäre schön. Es ist nicht so, dass der Film mir auf irgendeine dieser Figuren mit dem Finger zeigt und sagt, guck mal, das ist er und er macht gerade alles falsch. Wegen ihm geht das in die Brüche. So ist es auch nicht. Es ist einfach so ein ewiger Kampf der eigenen Dämonen, der fremden Dämonen, der inneren Welt, der äußeren Welt, der inneren Einflüsse und äußeren Ausflüsse. Genau, äußere Ausflüsse, genau. Da steckt halt so viel drin. Und ich finde, dass der Film das so schön, das schön ist jetzt auch das falsche Wort, aber so gekonnt hinbekommt, dass ich nie da saß und überfordert war, sondern wirklich immer verstanden habe, warum ist die Figur gerade so. Und was ich auch ganz toll finde, dass der Film den Figuren, vor allem ihr, auch wirklich mal zugesteht, es wirkt jetzt vielleicht unfair, aber das ist eben jetzt das Gefühl, in dem du gerade bist. Und es sei dir gegönnt. Du darfst jetzt auch mal sauer sein. Du darfst jetzt auch mal ein schlechtes Gewissen haben. Du darfst jetzt auch mal Liebe empfinden. Das war ganz hervorragend gemacht. Wirklich ganz hervorragend. Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele irgendwie, dass das mit vielen vibet, um es jetzt neudeutsch zu sagen, keine Ahnung, ob das jetzt noch trendy ist. Trendy sagt man auch noch, oder? Dass eben dieses alleine, was du leisten musst mit Kindern und dann eben auch noch ein Paar zu sein und selbst auch noch funktionieren zu müssen. Und gerade durch Corona, was bei ganz vielen Paaren ja wirklich den vollkommenen Genickbruch, den Nackenschuss gegeben hat, dass auch ohne, dass man jetzt diese Geldprobleme hat, was es hier vielleicht versinnbildlicht, dass das eben mit vielen Weiben könnte. Dieses, du hast es so schön formuliert, ich weiß es leider nicht mehr genau, dass die Frau einfach keine Kraft mehr hat. Und um, oder eben beide, sie haben ja beides, vielleicht wäre der Film ja das Gleiche aus seiner Sicht so ein bisschen oder ähnlich, dass sie beide keine Kraft mehr haben für die Situation. Sie können ihre Rollen nicht mehr erfüllen. Sie müssen eben für die Kinder da sein, sie müssen füreinander da sein, für sich selbst, was ich gerade schon gesagt habe. Dass das irgendwie ein Gefühl, der Film dadurch ein Gefühl transportiert, was bei ganz vielen Leuten dann gut ankommen könnte. Also alles gut, ich meine eben, sie könnten es nachvollziehen und würden sich dann verstanden fühlen oder gesehen fühlen. Ja, also ich bin, was Beziehungen angeht, bin ich kein Fachmann, sage ich ganz ehrlich. Aber ich weiß, was gute Filme sind. Genau, du bist der Fachmann für Filme, deswegen sprichst du mit uns hier über diesen Film. Und der Film fängt famos an, ich, also, nochmal die Warnung, man merkt halt dem Film an, das ist kein super teurer Film. Der ist halt, in Anführungszeichen, fürs Fernsehen produziert. Aber scheiß drauf, das passt zu dem Film, dieses Rohe, dieses naturalistische. Apropos, kennt man denn irgendwelche Schauspieler, die da mitspielen? Ähm, also ich kannte tatsächlich drei, aber nur vom Gesicht her. Und zwar die Hauptdarstellerin, ein Schwarz, die habe ich zuletzt in Schock gesehen. Da hat sie die, ähm, Schwester von, äh, Dennis Mokito gespielt. Äh, und, äh, also ich sag's mal ganz ehrlich, die Frau reißt dir eigentlich deine ab, das ist der Wahnsinn. Also, also, das ist, wow, wirklich wow. Ähm, dann ihren Ehemann, gespielt von Carlo Lubeck. Ähm, der ist auch ganz famos, der bekommt auch diesen Spagat hin, dass er, der hat immer so was Kindliches an sich, aber auch was, was, was so unglaublich liebenswert ist. Und es gibt wirklich Momente, wenn man den nur sieht, denkt man so, das ist ein Mann, der steht mitten im Leben. Und dann kommt halt eben dieser Bruch und du bist dann jedes Mal von Neuem wieder überrascht, wie verletzlich er dann doch ist. Und dann hätten wir noch eine Darstellerin namens, äh, Sarah Fasilat. Die kenne ich vom Gesicht her, um es mal so auszudrücken. Also, es ist jetzt kein Film, der jetzt die großen Eldest-Stars an die, an die, an die Kamera bringt. Ich kann niemanden von denen. Aber, äh, ja, aber die, die Spiele hat, die sind, die sind einfach, also, die beiden Hauptdarstände, das ist so verdammt gut. Also, wirklich, ähm, ich will ja nicht spoilern, aber das Ende hat mich gekillt. Nein. Das Ende hat mich gekillt, ähm, nicht, weil da jetzt irgendwas passiert, also, keine, keine Panik, ist jetzt nicht so, dass da alle sterben oder so, aber was du halt einfach mit Gesichtern machen kannst, wenn du gute Schauspieler hast und eine gute Geschichte und dann lass einfach mal am Ende Gesichter was erzählen, das ist der Wahnsinn. Und, ähm, ich, also, äh, alleine halt, es gibt einen Moment, wo dann einfach, äh, ein Arbeitskollege mit einem Stier einen Weg entlang geht und du weißt, wie es gemeint ist und du weißt, was es bedeutet, das ist großartig. Es ist, es ist wirklich großartig. Ich, ich, ich hab den Film natürlich bei Letterboxd jetzt schon bewertet, mit vier Sternen, aber jetzt, wo ich drüber rede, denk ich mir so, boah, eigentlich viereinhalb oder fünf wären da auch drin gewesen. Ich, weil, ich bin wirklich hin und weg. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, nach der Vorstellung, das Echo war sehr geteilt. Es gab auch wirklich Leute, die konnten damit gar nichts anfangen, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber ich für meinen Teil, ich denk mir so, ja, Wahnsinn. Also, wirklich, ich bin wirklich hin und weg von diesem Film und dieses ZDF-Fernsehspiel hat ein paar sehr gute Filme rausgebracht Letztes Jahr war dieser Monster im Kopf auch sehr gut und ich fürchte leider, dass auch der hier genau das gleiche Schicksal erleidet, nämlich der wird in irgendwelchen Großstädten in so Arthouse-Kinos für zwei Tage laufen und dann irgendwie nie wieder gesehen werden. Das ist echt schade, weil, also Alle, die du bist, ist für mich ein famoser Film. Einer der besten, den ich dieses Jahr gesehen habe. Okay, krass. Habe ich schon gesagt, dass er am 4. April anlaufen wird? Jetzt hast du es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt, ja. 4. April ist das Erscheinungsdatum dieses Films und wahrscheinlich dann, wie Stu sagt, in kleinen Kinos in eurer Nähe. Ihr habt gehört, Stu, das war ja schon quasi dein Fazit, aber du kannst gerne natürlich. Ja, große Empfehlung von Stu, schnappt ihn euch in euren Kinos um die Ecke und dann hoffen wir mal, dass der dann auch in irgendwelchen guten Streamingportalen landen wird. Wo ist denn Monster im Kopf? Wird es dann da auch hinkommen, Alle, die du bist? Der ist noch nirgendwo aufgetaucht bislang. Okay, krass. Leider. Ja, also das heißt, wenn ihr den irgendwo seht, Alle, die du bist, schnappt ihn euch sofort, das ich dann auch machen werde, weil Stu hier wieder einen Film sehr gut angeteast hat und klar, das Sujet erreicht mich auch. Das Sujet, ich bin sehr intellektuell. Das Sujet, uh, sie lernt. Die Story des Films und das Thema, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, oder? Hast du noch irgendwas Interessantes, was du noch raushauen möchtest zu dem Film? Wenn euch der Film nicht gefällt, dann gebt nicht mir die Schuld. Dann seid ihr dran schuld, nicht ich. Okay. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt und ich bin halt gerade so ein bisschen baff, wie der kommt gerade wieder so viel zurück. Also dieser Film hat mich echt erwischt. Okay, auch spannenderweise. Am 4. April wird ja auch, morgen ist auch noch ein Tag in Deutschland anlaufen, den wir ja auch besprochen haben. Und bei beiden Filmen geht es um so eine Beziehung und Frauen, die ganz viel tragen müssen und beide fandest du gut. Das ist interessant. Was soll ich sagen, ich bin einfach ein Frauentyp. Du bist einfach ein Frauentyp, genau. Und du bist auch ein Podcast-Typ, denn von dir gibt es ungefähr drei Millionen Podcasts hier beim Tele-Stammtisch. Nicht nur diesen hier. Falls ihr noch einen anderen mitstuhören wollt, sucht euch einfach irgendeinen aus. Ich glaube, er ist eigentlich fast bei 98 Prozent dabei. Da müsst ihr nur auf tele-stammtisch.de gehen oder überall, wo es Likes gibt, wo man Podcasts hören kann. Da findet ihr unseren Fachmann für Filme und für Frauen, Stu. Darf ich das bitte so auf meine Visitenkarte schreiben? Klar, druck es drauf auf die Visitenkarte. Ihr findet da noch ganz viele andere Besprechungen, wie gesagt. Und ihr könnt auch dem Tele-Stammtisch überall folgen und ihn auch unterstützen. Wenn ihr diesen Film hier kacke findet oder nicht so gut wie Stu, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Und auch warum, zum Beispiel auf YouTube oder, keine Ahnung, auf Spotify, wenn es denn frei, wenn es denn mal unsere Angestellten freischalten, dass man da auch kommentieren kann. Oder wie gesagt, auch auf Social Media, findet ihr den Tele-Stammtisch auch. Ich finde, diese Besprechung ist hier zu Ende. Oder was sagst du, wirst du dann zum Stier, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, lieber Stu? Also ich werde definitiv zum Stier, wenn ich jetzt nicht noch erfahre, was man denn so von dir noch überall finden kann, liebe Josch. Ah, das ist süß, dass du meine Werbung hier immer noch so ein bisschen plackst. Ich hatte es ja schon angedeutet, ich habe auch was mit Kommunikation mit Kindern zu tun. Und zwar gibt es darüber auch ein fettes Buch in Comics, habe ich erklärt, wie man auch, was das mit dem inneren Kind und der Bedürfnis, orientierten Erziehung und wie man überhaupt kommunizieren kann. Das gibt es bei mir als Buch in meinem Shop. Ich habe aber auch ein Buch über Kommunikation im Streit, wie man besser streiten kann, wie man da formulieren sollte. Ich sagte schon, Sujet, ne? Findet ihr alles im Schlogger-Shop oder auf Schlogger.de, könnt ihr auch direkt reinlesen oder auf Social Media folgen, da werdet ihr über alle anderen aktuellen Projekte auch. Mein nächstes Projekt wird über das Wechselmodell gehen oder über Angststörungen, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Guckt da einfach mal bei allen möglichen Social Media Plattformen rein, zum Beispiel Instagram oder Threads. Ich habe jetzt einfach mal zwei genannt unter dem Handel des Schlogger. Das hier war die Besprechung zu alle, die du bist, mit mir und du. Ich sage Tschüss, dann sagst du Tschüss und wir hören uns bei den nächsten Besprechungen. Tschüss. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.